Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 14, also die 14. Challenge. Mal gucken, was es heute wird. Heute wird es... Leistungssport im Alltag. Leistungssport im Alltag. Spannend. Okay, mal gucken, was ich mir darunter jetzt vorstellen kann. So, ich habe jetzt hier mein Setup, quasi ein Blitz, ein Yongnu, 560 Mark III. Dann habe ich hier meine Sony A7 III mit dem 35mm Sigma 1.4. Und hier jetzt die so eingestellt, dass das Framing hier bei diesen Toren hier relativ mittig ist. Jetzt werde ich hier so durchlaufen und quasi versuchen, Leistungssport, Laufen zu zeigen. Weil das machen ja sehr viele im Alltag schon. Deswegen kann man das, glaube ich, sehr gut zeigen. Jetzt habe ich mich jetzt ein bisschen sportlich angezogen, in Laufhose und so. Und dann werde ich jetzt durchlaufen. Warum dunkel? Um einfach ein anderes Feeling reinzubringen, als auch nur tags. Weil jetzt kann ich das Licht besser kontrollieren und selber eine Lichtsetzung machen. Genau. Also ich lege jetzt einmal die Kamera hier hin. Die wird jetzt also noch mitfilmen, wie das Ganze da vorne dann passiert. Okay. Let's go. Witzig. Ich glaube, ich mache das noch ein paar Mal, dann habe ich hoffentlich das Foto dabei, was ich drauf habe. Ah, das war hier noch viel zu früh. Ich glaube, ich werde die Videokamera ausmachen, sonst wird die zu nass. So, erst das Setup hier. Okay. Ich glaube, ich werde die Videokamera ausmachen, sonst wird 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 die Videokamera aus